Verwenden Sie diese Mixung nur einmal pro Tag und verabschieden Sie sich von den Augenringen und den Faten unter den Augen. Dieses Jazz ist sehr effektiv bei den Augenproblemen wie Faten unter den Augen, Augenringen, Kernfüssen und geschwollene Augen. Es ernährt und verjüngt Ihre Haut, somit macht sie Jüngersaar ihr wellischer Arter auszusehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang täglich, um das beste Ergebnis zu erzielen. Um dieses Jazz zu zubereiten, müssen Sie zunächst 3 Viertel Karotte, ca. 15 Gramm, vorzubereiten. Die Karotten sind nicht nur wunderbar für Ihre Haut, wenn Sie sie essen, sondern Karotten funktionieren auch gut, wenn Sie sie als eine Gesichtsmaske benutzen. Mit Vitamin A und Antioxidantien beladen, schützt die Karottengesichtsmaske die Haut und beugt die Faten vor. Jetzt sähen Sie die Karottenhaut. Dann schneiden Sie die Karotten in kleine Stücke und führen sie in Mikrofon. Der zweite Bestandteil dieses Masken-Verset ist die Hooker. Der zweite Bestandteil dieses Masken-Verset ist die Hooker. Die Hooker kann die Faten unter den Augen verbeugen, weil sie die natürliche Elaktizität der Haut wiederherzustellen hilft. Darüber hinaus ist die Reis an Vitamin C und die Vollreise. Vitamin C kann die Haut auswecken und das Wachstum neuen Zellen stimulieren, während die Falsäure die Antioxidantien stimuliert, dass die ihre Haut helfen, die Umweggifte abzuwehren, die die Augen geschwollen oder müde zu sein machen können. Für dieses Rezept brauchen Sie eine vierte Hooker, ca. 65 Gramm. Stahlen Sie die Hooker in kleine Stücke und führen sie im Mixer hinzu. Nächstes bereiten Sie eine Aloe Vera-Plattform. Dann schneiden Sie ein Stück Aloe Vera. Ziehen Sie den grünen Teil des Blattes vorsichtig mit einem Messer ab. Ziehen Sie die gesamte Haut auf einer Seite des Blattes ab und lassen Sie die Häpter mit See füllen. Verwenden Sie dann einen Löffel und schoffen Sie Schweiß-Esslöffel-Oliveral-Cheats in den Mixer. Verwenden Sie die Zelle Verwenden Sie die Verwenden Sie im Mixer Verwenden Sie einen LöffelUST Verwenden Sie einen Löffel, Verwenden Sie einen Löffel-Moto Nächster müssen Sie die Korianderblätter hinzuführen. Die Korianderblätter enthalten Vitamin C, dass sich mit einer Steigerung der Kollagenproduktion verbindet würde. Koriander enthält Linolensäure, dies als der stärkere Anti-Aging Faktor für Ihre Haut untersucht würde. Führen Sie 25 Gramm die Korianderblätter in den Mixer hinzu, schatten Sie den Mixer-Ei und malen Sie alle Zutaten, um eine trümmenfreie Paste zu erharten. Dann gießen Sie diese Mixung in ein Siebseis und sieben Sie den Saft in eine Schütze mit einem zweiten Winkel auf der flips. Dann Mit dieser Mixung nehmen Sie eine weitere Süche und geben zwei Esslöffel dieser Saft in diese Süche. Den rechten Saft können Sie für den nächsten Gebrauch im Kühlschrank auch bewähren. Komponieren Sie diesen Saft mit Vitamin E-Öl und Manderöl. Vitamin E ist enthält Antioxidantien, die bei der Heilung der geschädigten Haut helfen. Es ist eine großartige Feuchtigkeitscreme für die Haut und es hält die Haut hydratisiert. Sie brauchen 1 Vitamin E-Kapsel. Extrahieren Sie und führen Sie Ihr Öl in die Saftschüsse hinzu. Manderöl enthält die natürlichsten Vitamin E, die Ihrer Haut glühen, geben. Gleichzeitig halten Sie Ihre Haut lange Zeit, weiß und frisch. In dieser Schütze einen Happen, es Löffelmanderöl geben. Mixen Sie alle Zutaten, bis Sie eine homogene Mixung haben. Ihr Augenhalbmitte ist gebrauchswert. Die Anwendung. Verwenden Sie dieses Gel auf Ihr Unteraufgängegebiet. Um die Umgebung massieren Sie es 2 Minuten und lassen Sie es über Nacht. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, geben Sie Daumen hoch und teilen Sie es mit Ihren Freunden. Wenn Sie mehr Rezepte und Tipps möchten, abonnieren Sie unseren Kanal.